Das ist das Poolhaus mit dem riesen Pool und dem Whirlpool. Ich zeige euch den Pool jetzt nochmal. Hinten schöner Ausblick. So das ist der riesen Pool. Kleiner Pool für Kinder. Badezimmer ist eigentlich mehr uninteressant. Klein, aber fein. Sauna. Kleines Zimmer. Hier haben wir eine Schwiegerelter drin geschlafen. Nur die Kinder müssen auch noch auf die Blöden. Idiot. So, hier ist das Esszimmer, Essbereich. Hier ist nochmal ein Zimmer. Und hier war unser Zimmer. Okay, ist die Fenster zu. Die wohl zu sein sollen, die Fenster. Ja, das war unser Zimmer und das war's vom Haus. Ich zeige das gleich am Grundvauer nach draußen. Danke. Danke.